So, gehen wir mal rein, Sido Drachenlord, was hat der denn gemacht? Ach, der Drachenlord war bei ihm zu Gast in der Sendung oder was? Ach du Scheiße, das hab ich, irgendwie ist er mir vorbeigegangen. Und hier ist diese Info, Drachenlord soll eine Netflix-Doku in Planung. So viel Geld wird Rainer Winkler geboten. Aha. Zuletzt ist es still geworden um den Drachenlord, doch dann las ich eine Meldung. In den Medien, dass der Drachenlord jetzt künftig auf Netflix zu sein würde. Und zwar schon im Jahr 2023 sollte eine Netflix... Was? Was? Hast du euch mitbekommen? Was? Ich hab's nur am Rande mitbekommen, aber was? ...Produktion mit dem Drachenlord beginnen. Erst hab ich das gar nicht geglaubt und dann hab ich diesen Vertrag hier entdeckt. Und bei Telegram kursiert der, ob der echt ist oder nicht, das kann ich nicht bestätigen. Aber es gibt Neuigkeiten rund um Netflix, denn da hat sich jetzt die Pressestelle zu den Gerüchten geäußert und auch zu der Frage, ob wirklich 2023 jetzt wirklich eine Netflix-Serie gedreht wird mit dem Drachenlord. Wir schauen uns den Vertrag an, wir gucken uns ein paar rechtliche Implikationen an und vor allen Dingen schauen wir uns an, was dran ist an der Sache zwischen Netflix und dem Drachenlord. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Rechtsanwaltskanzlei WBS Legal. Und wenn ihr rechtlich... Was? Die haben sich umbenannt? Die heißen jetzt WBS Legal? ...mit mir zusammen up-to-date bleiben wollt und über den Drachenlord mehr erfahren wollt... ...wenn es kürzer ist, okay, die haben ihre Marke geändert. ...lohnt sich ein Abo auf diesen Kanal, auf jeden Fall. Denn wir beobachten das Treiben des Rainer Winklers schon eine ganze Zeit. Es ist ja nicht nur sein Treiben, sondern auch das Treiben seiner Hater. Ein ständiges Hin und Her eben. Die Geschichte, dachte man, wer eigentlich erzählt, aber jetzt ist sie nochmal richtig aufgedröselt auf Netflix. Möglicherweise jedenfalls, wenn man es nach diesem Vertrag so sagen darf. Der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, aber kursiert schon im Internet. Ich habe mir den durchgelesen, durchgearbeitet. Schau mal, ob da... Dass der Vertrag veröffentlicht ist. ...Fallstricke für Rainer Winkler drin sind und was insgesamt geregelt ist. Komm da auch gleich im Detail noch drauf. Aufschau auch, was es für die Produktionsfirma möglicherweise bedeuten könnte, wenn der Beleidigungen seitens des Drachenlords plötzlich bei Netflix verbreitet werden würden. Und wer... Ist ja auch Steve Jobs. Christian Solmecke ist deutsch, Steve Jobs. Da möglicherweise in die Haftung kommen kann. Geht also ein bisschen um Medienrecht, aber der Drachenlord diente uns ja schon für strafrechtliche Begutachtungen. Heute lernt ihr anhand des Drachenlords mal das Medienrecht und zwar dazu, wie eine Dokumentationsfirma, die Dokumentarfirma dreht oder eine Firma, die ja fiktionale Filme dreht, rechtlich sich absichern muss. Vielleicht ganz kurz nur, wer den Drachenlord nicht kennt, die Geschichte begann im kleinen Dörfchen Altschauerberg, als der Drachenlord die ersten YouTube-Videos gedreht hat und seinen Hatern gesagt hat, Das ist meine Adresse, kommt doch, es gibt eins auf die Nuss. Es kamen direkt ein paar hundert. Den Höhepunkt hatte das dann, als irgendwann 800 Hater vor der Tür standen oder Hater, wie er sie liebevoll nennt. Und die Polizei sogar von einem DFB-Pokalspielkräfte abziehen musste, um Altschauerberg noch eingreifen zu können. Die maximale Eskalation war dann die Gerichtsverhandlung im Jahr 2021. Ich meine, im März war das. Wir haben auch hier auf diesem Kanal selbstverständlich darüber berichtet. Die Abonnenten des Kanals, die wissen das. Da ist der Drachenlord zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden, weil er einem Hater eine Taschenlampe auf den Kopf gehauen haben soll und mit einem Backstein nach dem anderen geworfen haben soll. Die Strafe, die zwei Jahre Haft, wurde nachher zur Bewährung ausgesetzt. Seitdem ist er mehr oder weniger auf der Flucht, denn er hat sein Haus verkauft. Die Gemeinde hat das Haus sofort abgerissen. Das Auto hat er leider verloren, indem er teilweise auch... Das Haus wurde schnell abgerissen, als er eine neue Wohnung gefunden hat. Jungen, die wollten einfach, dass er nie wiederkommt. Und Klaven hat den Führerschein, Auto hat er verkauft, Führerschein verloren. Jetzt kriegt er irgendwie, weil er keinen festen Wohnsitz mehr hat, auch keinen Führerschein wieder. Er flüchtet mehr oder weniger von Hotel zu Hotel. Die Hotels bekommen so viele Pizzen von den Hatern zugeschickt, dass sie auch keinen Bock mehr haben und den Drachenlord da auf irgendwelche schwarzen Listen geschickt hat. Aber jetzt das. Es ist ein Produktionsvertrag geleakt worden, den ich euch gleich im Detail zeigen will. Und der hat es tatsächlich in sich, denn das Leben des Drachenlords soll verfilmt werden. Welche Teile davon, das schauen wir uns gleich an. Wohlgemerkt, wir wissen nicht, ob der echt ist. Der stammt aus Telegram. Telegram kann man nicht so richtig trauen. Es heißt, dass der von dem Mitarbeiter eines Jobcenters kommt. Der soll den geleakt haben. Klar, es könnte durchaus sein, dass der Drachenlord irgendwie bei einem Jobcenter sich beworben hat. Und dann hieß es, haben sie schon einen Job? Da hat er gesagt, ja klar, ich habe hier einen Lizenzvertrag schon abgeschlossen. Ob er den abgeschlossen hat, wie gesagt, hier ist keine Unterschrift drunter. Ob der echt ist, ganz klar, muss ich auch nochmal sagen, immer mit Vorsicht zu genießen. Juristisch habe ich es mir angeguckt, es ist nicht unlogisch, was da drin steht. Und wenn es gefakt ist, hätte sich jemand richtig viel Mühe gemacht. Was wichtig ist, habe ich mal gelb angestrichen, dass wir da ein bisschen schneller durchgehen. Also, was soll verfilmt werden? Laut dieses, bislang wohlgemerkt, noch nicht unterschriebenen Vertrages. Die Lebensgeschichte als Doku möglicherweise sogar als Serie zur weltweiten Auswertung. Die Rechte dazu soll der Drachenlord einräumen, nämlich seine Lebensgeschichte seit 2010, die er auf TikTok und YouTube und Instagram gelebt hat. Dann heißt es, es gab eine Community, die ihn massiv gemobbt hat. Dazu hat er umfangreiche Archive. Und dieses Material soll er exklusiv dem Lizenznehmer, der Produktionsfirma, zur Verfügung stellen. Und zwar alles verfügbare Material auf den Datenträgern, die im Besitz des Lizenzgebers sind, sowie das Material, das als Kopie bei entsprechenden Medien abgespeichert ist. Also alles, 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 was er je gedreht hat, soll jetzt an die Thursday Company, die jetzt hier der Lizenznehmer wäre. Er gibt die Lizenz an seinem Material. Und er erklärt sich gleichzeitig bereit, das ganze Material auch persönlich zu erklären. Also alle Umstände seines Lebens. Sprich, der wird da selbst auch zu sehen sein. Das ist jetzt der aktuelle Plan nach diesem Vertragsentwurf, der bei Telegram kursiert. Und er wird nicht anonymisiert sein. Das heißt, der Drachenlord wird auch so zu sehen sein. Es heißt, dass er sozusagen die Verwendung seiner Stimme, seines Namen, seines Bildnisses gestattet. Und exklusiv wird er nur für diese Produktionsgesellschaft für fünf Jahre zur Verfügung stehen und nirgendwo anders oder mitwirken oder sonst zur Verfügung stehen. Er darf, das sehen wir gleich, nur noch seine Social-Media-Kanäle bedienen. Also 2.2 ausgenommen ist die Verbreitung auf den direkten sozialen Kanälen. Und jetzt kommt's, verstößt er dagegen. Und wir wissen ja beim Drachenlord, so ganz hält er sich nicht immer an alle Dinge, die ihm auferlegt worden sind, muss er 20.000 Euro Vertragsstrafe zahlen, mindestens. Das ist ein bisschen, möglicherweise ein bisschen viel, da schauen wir gleich mal rein. Aber immerhin haben wir da eine hohe Summe, die der Drachenlord zahlen müsste, wenn er gegen die Exklusivitätspflicht verstößt. Bin ich mal gespannt, ob er das einhalten kann. Er ist außerdem berechtigt, der Lizenznehmer, also die Produktionsfirma, ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wenn der Streaming-Anbieter, hier heißt es möglicherweise Netflix oder ein anderer Streaming-Anbieter, die Produktion nicht in Auftrag gibt. Sprich, die holen sich erstmal das ganze Material und können dann aber sagen, nö, wir wollen jetzt nicht weitermachen. Jetzt wird's spannender. Wie viel kriegt man denn dafür, wenn man sein Leben abgibt? Wenn man nur 20.000 Euro. Das hört sich erstmal viel an, aber für das Ganze, für alles, was Drachenlord, also seine ganze Geschichte, 20.000 Euro, sein Auto hat 30.000 kostet oder 40.000 oder so und das hat er verloren. Also eigentlich ist das echt ein schlechter Scherz. Für die Lizenzierung und Nutzung des Materials gemäß dieses Vertrages erhält der Lizenzgeber eine Lizenzgebühr in Höhe von 20.000 Euro. Er hat fünf Jahre seine Rechte abgegeben, fünf Jahre für 20.000 Euro. 20.000 Euro für fünf Jahre, okay? 365 Tage mal fünf sind 1.825 Tage. Und diese 1.825, machen wir mal 20.000, geteilt durch 1.825, sind ungefähr 11 Euro pro Tag, die er bekommt. Das sind ungefähr 11 Euro pro Tag, 10 Euro, 10,500 Euro. Er bekommt 11 Euro pro Tag dafür, dass er sein ganzes Leben offenbart für Netflix. Und da muss er noch Steuern drauf zahlen. Das ist brutto. Das heißt, das muss noch versteuert werden. Also ich sage euch ganz ehrlich, es wäre für Drachenlord deutlich lukrativer, einfach irgendwo, irgendwo in einem Callcenter zu arbeiten oder irgendwo, wo er seine Ruhe hat, wo er vielleicht, keine Ahnung, irgendwas, das ist ja auch vielleicht zu anspruchsvoll für ihn. Das Problem ist, er hat halt auch keine Qualifizierung oder irgendwie sowas. Er kann auch keinen regulären Job machen. Man kann nicht erwarten, dass Drachenlord an irgendeiner Kasse sitzt. Kein Kunde möchte bedient werden von jemandem, der vielleicht dann auch nicht so gepflegt ist oder blablabla. Dann noch kommen ständig Leute in den Laden und machen da Randale. Also er kann ja keinen normalen Job machen. Aber selbst ein normaler Job an der Kasse als Beispiel wäre deutlich, deutlich, deutlich lukrativer als das hier. Deutlich lukrativer. In Deutschland ist noch mittlerweile 12 Euro Mindestlohn pro Stunde, oder? Ich weiß nicht genau, was in Deutschland... Und er bekommt am Tag keine 12 Euro. Nicht mal am ganzen Tag. Also das ist komplett, das ist komplett utopisch. Und wenn er das unterschrieben hat, hat er sich für fünf Jahre verpflichtet und kriegt einen Arschtritt dafür. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Junge. Das Geld, das sieht erstmal viel aus, aber es wird nicht lange reichen bei Drachenlords Lifestyle. Der hat sein Haus verkauft, das Geld war innerhalb von einem Monat weg oder so. Keine Ahnung. Also das ist eine ganz, ganz wille Nummer. Junge, 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 Junge. Also das ist einfach alles sehr traurig und auch irgendwo bedenklich, dass so eine große Firma, die ihm so einen Vertrag macht, ihn so ausnimmt wie eine Weihnachtsgranz. 20.000, was würde ich als Medienanwalt dazu sagen? Ja, das würde ich sagen, ist Betrug. Finde ich ein bisschen wenig für die Story, denn es könnte tatsächlich ein Netflix-Blockbuster werden, und wenn das gut gemacht ist, glaube ich schon, dass man für die weltweiten Nutzungsrechte auch einen sechsstelligen Betrag hätte fordern können. Ich kann mir vorstellen, dass der Drachenlord da eigentlich sogar siebenstellig, sag ich wie es ist, gar nicht der große Verhandler ist. Leistung und Gestattung, insbesondere für Mitwirkung, Produktion, keine Vergütung erhält. Er bekommt keine Vergütung dafür, dass er mitmacht. Er bekommt nur eine Lizenzgebühr, also die 20.000 Euro, aber wenn er da hingeht zum Dreh, bekommt er kein Extrageld. Also wenn er da hingeht und dann sitzt er sich den ganzen Tag dahin und erzählt dann über diese Szenen, ja, da habe ich mir ein G**s, da habe ich das gemacht, da habe ich ein Pornab-Video hochgeladen, er kriegt kein Extrageld dafür. Bruder, sind wir hier in Katar oder was? Fand ich ein bisschen wenig genau für das, was er hier alles abgibt. Er kriegt das auch nicht sofort. Man sieht also hier, das geht ratenweise, erstmal gibt es 5.000 Euro bei Vertragsunterzeichnung, danach nochmal nach drei Monaten, dann wenn der Drehbeginn ist und dann am Ende nochmal mit der Abnahme der Produktion durch den Erstverwerter. Das wäre beispielsweise, wenn es denn so käme, Netflix. Und er verzichtet auf die Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes. Das heißt, er wird niemals im Eilverfahren versuchen, das Material irgendwie zu stoppen. Das sind allerdings gängige Regeln, die da drin sind. Jetzt kommt die Rechteeinräumung, da geht es für alle möglichen Sendeformen, räumt man Rechte ein, ist für euch jetzt nicht so spannend. Das ist immer sehr, sehr umfassend, ist aber eine typische Klausel aus solchen Verträgen. Spannend ist das, da könnte Herr Drachenlord möglicherweise schon gegen verstoßen haben, wobei unterzeichnen ist ja noch nichts, nämlich die Geheimhaltung. Er verpflichtet sich, wenn er das hier, was ich euch hier gerade vortrage, was im Netz überall auch kursiert, wenn er das nicht geheim hält, eben entsprechend eine Vertragsstrafe zu zahlen. Also erstmal sagt er, ich darf nichts sagen zur Lizenzgebühr, die ich kriege, ich darf keine ungünstigen Äußerungen über die Produktion tätigen. Ja, da bin ich auch mal gespannt, was er dann in YouTube später raushaut zur Produktion. Und wenn er das aber doch alles tut, wenn er zum Beispiel was über diesen Vertrag sagt, der jetzt öffentlich ist, ist es schon widersinnig an sich, gibt es eine Vertragsstrafe. Die ist aber netterweise begrenzt auf 20.000 Euro, nämlich auf das Vertragshonorar. Da kommt noch was zum Datenschutz, das ist alles uninteressant. Also das ist schon mal, finde ich jedenfalls, ein ziemlicher Kracher. Ein tatsächlicher Vertrag einer Produktionsfirma mit dem Drachen. Und jetzt könnte man ja denken, da ist überhaupt nichts dran. Und dann habe ich natürlich weiter recherchiert und geguckt, stimmt das oder stimmt das nicht? Und dann habe ich weitergehende Medienberichte gefunden, die, ja, sagen wir mal, nicht alles bestätigen, was darüber zu sehen war. Hier, Nordbayern hat da recherchiert, die sind auch schon immer wieder dran gewesen. Das sagt Netflix zu den Gerüchten. Jetzt bin ich mal gespannt, sagt ihr Fake oder sagt ihr Echt? An Rainer Winkler und an dem, was da passiert ist, logisch, denn in Bayern hat das ja auch alles stattgefunden. Und die sagen, wir haben mit Netflix gesprochen und hier unten sagen sie, auf Nachfrage unserer Redaktion reagiert Netflix nun erstmals auf die Gerüchte. Groß verheimlichen will ein Sprecher des Streamingdienstes nichts. So richtig zu bestätigen gäbe es aber eben auch nichts. Wir schauen in die Geschichte hinein, heißt es aus der deutschen Pressestelle des Entertainment-Gigantens. Es ist einfach real. Ein Film, eine Serie oder eine Dokumentation mit dem Drachenlord ist nicht ausgeschlossen, entschieden sei aber längst nichts. Derzeit laufen Gespräche und die Recherche rund um das Drachengame. Ausgeschlossen scheint jedenfalls, dass Netflix, wie PC News berichtet, bereits 2023 mit der Dokumentation an den Start gehen will. Also, da können wir schon mal die erste Entwarnung geben für alle, die das nicht sehen wollen. 2023 gibt es das Drachengame noch nicht auf Netflix, aber Netflix sagt, klar, wir schauen uns das an. Das heißt, wenn sie sich anschauen, heißt es auch, dass sie was angeboten bekommen haben und dann könnte einiges dafür sprechen, dass der Vertrag, den ich euch gerade gezeigt habe, tatsächlich echt ist. Auch wenn er in der Form noch nicht unterzeichnet worden ist. Wie gesagt, erwähnt hat der Drache noch was geändert an der ganzen Geschichte, aber es scheint hier tatsächlich was dran zu sein. Jetzt möchte ich aber mal rechtlich darauf eingehen, was wird denn dann da gezeigt werden? Wir haben ja gerade gesehen, das ganze Material, was dort auf YouTube war und das enthält ja auch etliche Beleidigungen und ist es nicht so, dass wenn der Drachenlord dort etwas verbreitet, was nicht stimmt, was ja durchaus mal vorkam. Klar, seine Hater haben auch immer viel Mist gebaut. Da möchte ich mich auf keinerlei Seite schlagen. Die haben Mist gebaut, er hat aber auch Mist gebaut. Und er hat zum Beispiel die ein oder andere üble Nachrede begangen. Das heißt, er hat etwas behauptet, eine Tatsache, die nicht erweislich wahr ist. Wenn das jetzt wieder neu gesendet wird, bei Netflix beispielsweise, dann ist das wieder eine neue Straftat. Das kann man deutlich so sagen. Ja, Junge, der nimmt sich selber auf. Und das ist dann für den Drachenlord höchst relevant, zumal er aktuell noch unter Bewährung steht. Also bin ich gespannt, was die da rauspicken, was dann letztlich in der Doku zu sehen sein wird. Spannend aber insbesondere, ob die Produktionsfirma möglicherweise nach diesem geliebten Vertrag die Thursday Company sich strafbar macht, wenn sie sowas sendet, solche Beleidigungen, solche üble Nachreden, die da verbreitet worden sind. Naja, und da kommt es dann drauf an, wie die Doku aufgebaut ist. Dazu sagte der Vertrag nichts. Wir hätten einerseits die Möglichkeit, dass sie nach journalistischen Standards aufgebaut ist. Das heißt, tiefgehendste Recherchen, Leute nochmal befragt, auch mit Hatern gesprochen, versucht, Dinge einzuschätzen. Dann wird die Produktionscompany höchstwahrscheinlich von Paragraf 193 Strafgesetzbuch geschützt werden, falls sie eben den Hate seitens des Drachen sendet. Der hat also zurückgehatet. Klar, er hat viel Hass abbekommen, hat aber auch viel Hass verteilt. Und da geht es eben darum, dass man, wenn man die in der Wahrnehmung berechtigter Interessen handelt, nicht strafbar handelt. Und da sagt die Rechtsliteratur, begehen wir solche Straftaten wie üble Nachrede, haben allerdings vorher ernsthaft recherchiert, haben geschaut, was ist die Wahrheit. Wir haben uns um die Wahrheit bemüht. Wir haben nicht nur den Drachenlord zu Wort kommen lassen, sondern auch die Hater, sondern auch Polizeibeamte. Dann ist der Produktionsfirma nichts vorzuwerfen. Auch wenn etwas Unwahres verbreitet wird, kann man ihr daraus dann letztlich keinen Strick drehen. Das heißt also, wenn wir harte journalistische Recherche nachher in der Doku finden, können auch Aussagen getätigt werden und gesendet werden, die unwahr sind, wenn man das Gegenstück und die Gegenmeinung eben dagegen platziert. Lohnt sich so eine Serie überhaupt? Ich meine, kennt man Drachenlord außerhalb von deutschsprachigen Räumen überhaupt? Spielt gar keine Rolle, ob man den kennt. Man kannte auch vorher den Tiger King nicht, oder wie der hieß auf Netflix. Oder viele andere Menschen, die in Netflix verfilmt worden sind, kannte man in Deutschland auch nicht oder so. Aber, wenn das eine Netflix-Serie ist, dann wird das international halt gesendet und dann sagen Leute, ach krass, habt ihr das schon gehört? In Deutschland gab es so diesen Typen, das ist so ganz krank, diese ganze Nummer und so. Boah, und dann reden die darüber. Also es könnte wirklich international, dadurch könnte es international bekannt werden, ja. Etwas einfacher ist die Rechtslage, sollte sich die Company dazu entscheiden, den journalistischen Anspruch beiseite zu ziehen, mehr, ja, reine Sensationsgier walten zu lassen, also das Ganze poppiger zu gestalten. Im Ausland. Bro, do you know this Dragon? Drag on? Drag on these nuts, oder? Und dann eben den Drachenlord seine Geschichte nacherzählen zu lassen. Und das ist ja unter anderem vorgesehen. Ihr habt ja gerade den Vertrag gesehen, der Drache muss auch was sagen. Er soll seine Geschichte eben auch im Bild, nicht anonymisiert, kommentieren. Ja, und wenn dem nichts entgegengestellt wird und er erzählt Quatsch, er erzählt Unwahres, dann ist die Produktionsrömer voll mit dran. Dann muss man natürlich sich über die Frage stellen, inwiefern hätten sie das nicht stoppen können. Sie haben ja letztlich das Entscheidungsrecht darüber, was dann gesendet wird oder nicht gesendet wird. Das heißt, das ist eine Verantwortlichkeit dann auch einer Produktionsfirma auf strafrechtlicher Ebene. Und dann gibt es noch eine zivilrechtliche Komponente. Auch wieder, wir schauen uns das an, es ist nicht journalistisch aufbereitet, sondern nur eine Seite sendet. Dann könnten andere, die möglicherweise beleidigt worden sind oder angegriffen worden sind, Schmerzensgeld oder immateriellen Schadenersatz fordern. Warum erzähle ich euch alles das so detailliert? Weil das eins der Kerngeschäfte meiner Kanzlei ist. Wir sind ja eine Medienrechtskanzlei und beraten ganz viele Produktionsfirmen exakt in solchen Fragestellen, exakt auch bei solchen Netflix-Produkten. Simon, war Netflix-Serie über dich? Oder was soll Netflix denn dann zeigen? Ja, dieser fette Junge hier sitzt den ganzen Tag zu Hause und spielt wie heute Warcraft. Tag eins, Tag zwei, immer gleich. Er spielt Wörter-Vorkraft und schon wieder spielt er Wörter-Vorkraft. Und jetzt guckt ihr euch ein Video an und jetzt spielt er wieder Wörter-Vorkraft. Was soll da passieren, Bruder? ...produktion und besser als am Fall des Drachenlords kann man das gar nicht durch exerzieren, wie das Film- und Fernsehgeschäft in Deutschland funktioniert. Also, mit anderen Worten, recherchiert man sauber, dann ist man auf der sicheren Seite. Und jetzt gibt es noch eine ganz andere Idee, eine dritte Idee. Wir haben also journalistisch recherchiert. Ja, erzähl mir die dritte Idee. Wir haben einfach nur den Drachenlord kommentieren und dann haben wir noch die Erzählung des Drachenlords als fiktionale Geschichte. Als fiktionale Geschichte, da geht es dann darum, dass wir Sachen dazu erfinden, um die Dramaturgie ein bisschen anzuheizen, dass noch Punkte da aufgenommen werden, die sich so nicht zugetragen haben. Naja, und da muss man sagen, könnte sich möglicherweise der Drachenlord in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt fühlen. Er könnte also sagen, hier werde ich aber negativer dargestellt, als ich das wollte. Da könnte man dann abwägen, die Kunstfreiheit des Produzenten gegen die Persönlichkeitsrechte des Drachen. nicht wehren kann er sich, wenn positive Elemente weggelassen werden. Also positives Weglassen wäre beispielsweise seine Verurteilungen, die es gab, wenn die nicht erwähnt werden und man ihn da so als Saubermann vielleicht darstellt. Also wenn er, jetzt sagen wir mal, nur als das Opfer dargestellt wird, nur eine Seite, da wird er sich nicht gegen wehren können. Vielleicht ist das ja auch seine Position, glaube ich aber nicht, dass das seine Position ist. Er weiß auch, dass er selber auch mit angreift und das Game auch immer wieder neu mit anheizt. Also die Dinge, die für ihn vermeintlich positiv sind, wird er sich nicht wehren können in einem fiktionalisierten Film. Es gab auch eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die hat genau zu so einer Fiktionalisierung von real existierenden Personen gesagt, dass man im Einzelfall abwägen muss, wie wird die Person dargestellt, wie hat man sich mit den Inhalten auseinandergesetzt, hat man Psychologen, Experten zu Wort kommen lassen und, und, und. Das ist auch so einfach, warum baue ich Netflix? Ich mach doch hier, ich mach doch schon seit 195 Stunden, läuft die Sendung, Bruder. Die Sendung läuft.